Heute ist es auf den Tag genau 175 Jahre her, dass in der Schweiz zum ersten Mal eine Eisenbahn unterwegs war. Am 9. August 1847 hat die spanische Brötibahn zwischen Baden und Zürich ihren Betrieb aufgenommen. Aus diesem Grund hat heute Nachmittag in Baden ein Jubiläumsanlass mit Vertreter der Wirtschaft und Politik stattgefunden. Mit dabei hat auch die Verkehrsministerin Simonetta Samaruga, die sich nicht nahe, einen Besuch auf dem Feierstand des Krokodils abzuhalten. Kurz nach den Feiern hat sich dann der offizielle Jubiläumszug gezogen vom Krokodil und vom Elefanten auf den Weg gemacht nach Zürich. Eine Fahrt mit der spanischen Brötibahn-Komposition war leider nicht möglich. Diese ist dafür ein wenig später vor dem Depot Zürich für drei VIP-Pandelfahrten eingesetzt worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017